jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und bevor jetzt die ersten Flamer kommen und unter die Kommentare schreiben, dass ich ja Formate fake und es es schon mal gab, Leute, das hier, dieses Video ist ein Anfang einer Reihe von mir, einem Format, wo ich mir einfach denke, ach, fangen wir mal ein paar andere Formate, so die von vielen gehypt worden sind. Und dachte ich mir, okay, ich fake die jetzt heute, ich mach das wirklich extra. Und heute sind wir beispielsweise in First Twilight Bad Wars, FTB, um genau zu sein. Und heute zeige ich im Prinzip so meine erste Bad Wars Runde an dem heutigen Tag. Das habe ich von dem lieben Maus Abuse aka NoWisk. Die Personen sind auch alle unten immer verlinkt. Und ja, werden wir mal sehen, ob ich die Runde hier schaffe, mit kalten Händen oder ich es doch ein bisschen schon reinscheiße. Ich habe auch gestern auf jeden Fall jetzt am Wochenende aufgenommen ein paar Bad Wars Runden, wo irgendwie mir hat alles nicht gefallen, so was ich gemacht habe, was ich da gelabert habe irgendwie. Und daher habe ich sie dann nicht genommen. Und ja, heute mit dem Relation 10k Pack ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir müssen mal sehen, dass wir diesen Wash Bros bekommen. Achso, übrigens, heute wieder in normalen Bad Wars mit Anti-Reduce Plugin. Da ist mir alles klar, dass mir mit diesem Bedusen, wenn ich dann immer Maus Abuse sehe, habe ich eher weniger Bock drauf. Wie ich schon wieder Partikel bekomme, aber keinen Hits. Ich denke mal, er wird uns jetzt damit down haben. Ja, das ist jetzt ein bisschen nervig, ne? Tschüss. War schon wieder eine knappe Sache hier, knappes Ding. Müssen wir mal sehen, ob ich jetzt nochmal so einen einzigartigen Fail hinlege und an meinem Gegner vorbeispringe. Bisschen hochstecken. Und ihn dann wegknocken. Ach du Scheiße, es lebt nur noch der Lila, ne? Der Gelbe und der Orange, ne? Wenn ich Unglück habe, geht der Gelbe zu mir, weil das nicht checkt, dass der Nachbar der Orangen ist. Oder der Lilane geht zu mir. What the fuck? Block erstmal schön weggebuckt. Ey, jetzt soll ich uneingespielten Erhit geben. Och, geschafft. Jetzt ist die Frage, scheiße ich auf mein Bett? Kannst du mal bitte sterben? Danke sehr. Und ich bar wieder rum. Ja, er macht die Ich scheiße auf mein Bett-Taktik. Aber soll er auf sein Bett scheißen? Ich bin als erster wieder zu Hause. Ach du Scheiße, ne, das ist ja schon wieder Spannung vor hier. Bei mir ist niemand, niemand brot sich in die Mitte. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Und er ist tot. GG an dich. Du warst ein schöner Erhit. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Und ich werde mich mal auf den Weg. Ich sag doch, der Lilane geht zu mir. Ich hab es euch gesagt, Leute. Der geht nicht auf den Gelben, der geht zu mir. Und da ist er auch schon tot. Und was haben die gemacht, Alter? Die haben... Relation Moment. Er ist wieder da. Ah, geil. Kann sein, dass der andere geht über die andere Seite. Okay. Und er ist... Ach du Scheiße. Okay, es war glaube ich auf jeden Fall nicht der Lilane, der sich hochgesteckt hat. Das erkennt man. Und ich hab gedacht, ich stack hart. War das der nächste Relation Moment in einer Aufnahme? Was mach ich? Heilige Scheiße. Wie kann man nur so brutal hart failen? Pass auf, er steckt sich. Um was wird nie wieder, dass er sich steckt? Oder sich ins Web setzt. Meine Fresse. Ich könnte jetzt schon wieder sagen, dass es so eine ekelhafte Runde wird. Aber muss man sehen. Ich denke mal, das wird ein Win für mich. Außer er kommt jetzt wieder mit Vollecool-Webs und steckt sich drei Millionen Blöcke vor mir hoch. Das wäre natürlich... Belastend? Kann man das belastend nennen? Er baut sich in die Mitte. Okay. Das ist ja schon wieder jetzt ein ganz anderes Level von Abfahrt, Leute. Er baut sich in die Mitte und fällt beim Fast-Boot schon. Okay. Leute. Das wird eine Runde. Das glaubt ihr gar nicht. Und er steckt sich wieder hoch. Ach du Scheiße, nee. Renn halt durch. Ich bin eh first bei dir. Ich bin als erster bei dir. Bau als erster dein Bett ab und bin als erster wieder bei mir zu Hause. Kluger Spieler. Oder ich gehe in die Mitte. So, und jetzt kaufe ich mir auch mal ein paar Webs hier. Wenn er es schon so will, kann er es auch so haben. Fuck, er hat mich. Er hat mich. Egal. GG. Du bist ja auch ein kluger Typ. GG, der Abfucker hat gewonnen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Fake-Format gefallen. Schreibt mir gerne mal, ob ich sowas mit mehreren Formaten machen soll. Sie einfach faken. Gezielt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.